ja hallo liebe filmfreunde und filmfreaks da draußen herzlich willkommen auf meinem kanal christians filmpalast es gibt eine neue vorstellungsrunde hier auf meinem kanal und heute werde ich euch die media books zeigen von ginger snaps die ich in meiner sammlung habe worauf ich auch sehr sehr stolz bin und ich fange einfach mal an mit dem ersten teil den ich in der cover b variante habe finde ich ein sehr sehr schönes stück der film ist aus dem jahr 2000 kathryn isabel und emily perkins hier in den hauptrollen kathryn isabel als ginger fitzgerald und emily perkins als bridget fitzgerald und ja also dieses cover hat mir auf jeden fall sehr sehr gut gefallen ich blende jetzt auch mal kurz die cover a variante ein fand ich auch nicht schlecht aber wo ich bestellt habe wurde mir gesagt die cover a variante wäre schon ausverkauft und ich könnte jetzt nur noch die cover b variante bekommen habe ich natürlich gesagt ja ist für mich gar kein problem weil für mich die cover b variante sowieso die schönere war ich aber erst auf die cover a variante umgeschlagen habe weil die cover b variante wo ist der gleiche inhalt ist aber mal um drei euro teurer da dachte ich mir so ok nein nämlich die cover a variante aber dann gab es dann doch diesen zufall die cover b variante zum gleichen preis und dann dachte ich mir so ok schlägst du zu so dann haben wir hier den zweiten teil auch ein sehr sehr schönes motiv schauen wir uns natürlich in der ego perspektive auch ein bisschen genauer an hier die cover a variante dann gibt es noch die cover b variante die sieht hier so aus auch sehr schön kann sich auf jeden fall auch sehen lassen dann zum dritten teil was ja eigentlich die vorgeschichte vom ersten teil habe ich auch hier die cover a variante und die cover b variante die zeige ich euch jetzt auch mal die hat mich jetzt nicht so sonderlich überzeugt aber gut alles geschmacks und dann gab es natürlich auch noch cover c varianten in einer so großen leder box das blende ich euch jetzt auch mal kurz ein muss ehrlich sagen ja die cover motive sehen auch nicht schlecht aus können sich sehen lassen auch mit dieser leder box aber zu dem preis wo sie damals raus gekommen ist fand ich ein bisschen übertrieben krass und da war ich schon im besitz ja ich glaube ich war noch schon in dem besitz gewesen von diesen drei media books und dann später kam dann noch die trilogie in einem gesamten media book raus das zeige ich euch jetzt auch mal was auch nicht schlecht aussah und vom preis her wäre es nicht günstiger gekommen als wenn ich alle drei media box einzeln gekauft hätte aber dann habe ich mir so ja nein ich bin damit so zufrieden so habe ich jedes jeden film im media book einzeln und auch noch zusätzliche informationen durch das booklet ich muss sagen die booklet lassen sich auf jeden fall sehr sehr schön lesen sehr sehr gute hintergrundinformationen definitiv kann ich auf jeden fall nahe legen falls ihr noch an diese media box rankommen solltet kann ich so auf jeden fall auch empfehlen aber ich werde auf jeden fall auch noch einiges dazu sagen wie gesagt auch zu diesem verschiedenen cover motiven und halt auch noch zum indruck aber das zeige ich euch dann gleich alles in der ego perspektive wie gesagt der erste teil aus dem jahre 2000 wie gesagt die geschwister ginger und bridget sind die außenseiterinnen sind fasziniert von gewalt und von dem tod und widmen sich auch in diesem genre einem schulprojekt wo sie natürlich bilder zeigen wo sie den tod nachstellen in sehr sehr krassen szenen ich will jetzt auch nicht allzu viel spoilern und ja und dann der lehrer und die schüler sind natürlich sehr sehr schockiert und ja stellen natürlich halt dann verschiedene todesarten nach so dann kommt es natürlich wie es kommen muss sie sind eines abends eines nachts sind sie unterwegs und werden von so einem wolf ähnlichen tier angegriffen wo wir natürlich alle wissen dass es ein werwolf ist ginger wird dadurch durch diesen werwolf gebissen und ja dadurch nimmt es dann seinen lauf und ginger verwandelt sich auch immer mehr und mehr zu einem werwolf und bridget hält trotz all dem die ganzen veränderungen die ihre schwester mitmacht dass sie dann ihre schwester für drogen interessiert und 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 hält sie trotzdem zu ihrer schwestern versucht ein heim mit der zu finden ob es ja am ende gelingt oder doch oder weniger das sollt ihr am besten selbst herausfinden wenn ihr den film doch noch nicht kennen solltet so dann kommen wir zum zweiten teil der fängt genau dort an wo der erst aufgehört hat hier geht es hauptsächlich um budget die wie gesagt sich bei ihrer schwester aus dem ersten teil der infiziert hat und sie flieht natürlich ist hat natürlich auch angeblich ein heilmittel gefunden was die verwandlung aufhalten soll aber sie heilt sie nicht komplett und sie wird dadurch halt abhängig kann man sozusagen sie testet dann an sich selbst indem sie die große schnittverletzung in die oberschenkel reinschneidet um zu sehen kommt der heilprozess jetzt schneller oder langsamer weil wenn man sich in einen werwolf verwandelt hat sie natürlich wie bei ihrer schwester schon gesehen dass der heilprozess natürlich sehr sehr schnell vorangeht und ja das kram was sie sich da spritzt ich glaube das ist gelber eisenhut die eisenhut pflanze die sie sich da spritzt und das verlangsamt halt nur die verwandlung aber es heilt sie nicht dann kommt sie halt in so eine psychiatrie für psychisch kranke und auch drogensüchtige und sie wird da genauso behandelt und da sie dann jetzt ihren eisenhut nicht mehr hat nimmt das natürlich dann auch einen ganzen lauf von sich natürlich auch einen sehr sehr blutigen verlauf ich muss sagen der film ist auf jeden fall sehr gut gemacht für mich jetzt nicht so für mich jetzt nicht so stark wie der erste teil aber er kann sich auf jeden fall sehen lassen stark gemacht auf jeden fall auch empfehlenswert media book gleich in der ego perspektive so dann kommen wir zum dritten teil was ja eigentlich nur ein prequel ist zum zu den anderen zwei teilen also sprich hier werden die ereignisse gezeigt vor dem ersten teil halt einfach eine vorgeschichte der film spielt in einem frühen 19 jahrhundert ach so habe ich noch vergessen zu sagen der zweite teil kam im jahr 2004 aus genauso wie der dritte teil so ja nicht vergessen der film spielt in einem frühen 19 jahrhundert wieder kathryn isabel als ginger und als emily perkins als bridget die natürlich erstmal den verlust ihrer älter verarbeiten müssen die ihre die ihre eltern verloren haben sagen wir es mal so und jetzt halt auf der durchreise überall sind und halt Zuflucht suchen und dann kommen sie dann halt in so einem kleinen dürfchen da an und werden dort aufgenommen und wundern sich halt warum die menschen warum gehen die nicht raus warum sind die komplett eingezäunt warum vermauern die sich so ja weil nachts natürlich wie gesagt halt die werfe die werwölfe bei denen vor den toren stehen und ja sie auch schon sehr sehr viele menschen verloren haben einer von den jägern hat seinen infizierten sohn in diesen in diesem dorf gelassen hält ihn natürlich heimlich versteckt hat ihn natürlich nicht geopfert hat ihn nicht getötet und wie es kommen muss und es kommt natürlich auch so eine der beiden schwestern sprich ginger wird von dem jungen attackiert gebissen und verwandelt sich natürlich auch in einen werwolf langsam nach und nach ja wie gesagt wie der film ausgeht schaut euch am besten einfach selber an ich will jetzt hier nicht so krasse ich habe auch bestimmt schon einige spoiler gebracht aber ich denke mal die kann man verkraften so und dann würde ich sagen schauen wir uns jetzt einfach mal das erste media book in der ego perspektive an und bis gleich ja und da sind wir jetzt auch in der ego perspektive um uns jetzt mal die media books mal aus genauerem blickfeld jetzt mal anzuschauen und hier haben wir halt den ersten teil und die cover b variante und dann schauen wir uns das gute stück jetzt mal an von innen und hier haben wir die disk die blue disk auf diesen fsk flatschen hätte man verzichten können aber ja gut gibt schlimmeres ansonsten sehr sehr schönes artwork gefällt mir richtig gut hier haben wir halt auch einen innendruck ja es sieht hier halt ein bisschen sagen wir es mal so ein bisschen verpixelt aus gut hätte man ein bisschen schöner machen können aber es lässt sich auf jeden fall noch ansehen es lässt sich auf jeden fall noch anschauen so kommen wir zum booklet sehr sehr viel text sehr informativ kann ich auf jeden fall sagen ich habe es auf jeden fall gelesen es zieht sich auf jeden fall auch ein bisschen mitlesen weil halt wirklich sehr sehr viele informationen dabei sind kann ich auf jeden fall empfehlen und ja was halt was wir halten und was man was natürlich auch gleich wieder auffällt es ist diesmal leider wenig bildmaterial in dem booklet enthalten aber dafür halt sehr sehr viel text so und das war das booklet dann haben wir hier noch die dvd auch sehr schönes artwork kann sich auf jeden fall auch sehen lassen und dann haben wir hier zusammen ein zusammenhängendes motiv ich hoffe man erkennt man erkennt man erkennt ja kann sich auf jeden fall sehen lassen was ich auf jeden fall anmängeln muss ist halt wirklich wie gesagt das booklet ist halt ein bisschen meines erachtens bisschen lieblos gestaltet weil ich mag das halt eher mit schön bildmaterial aber hier hat man halt sehr auf sehr sehr viel text geachtet aber ansonsten das cover sehr sehr schön anzusehen dann haben wir jetzt bein und hier die rückseite auch nochmal hier mit der inhaltsangabe einige bilder zum film die credits technischen daten und wie gesagt limitiert ist das teil auf 250 stück ich habe die nummer 130 ja und das ist das media book zum ersten teil so dann machen wir gleich direkt weiter mit dem zweiten teil und zwar mit dem cover a muss ich ehrlich sagen diese cover variante gefällt mir deutlich besser als die cover b variante hat mir auf jeden fall mehr zugesagt alleine halt wie gesagt durch die werden hauptdarsteller und wie man hier oben so gut erkennen kann noch mit dem werwolf dann haben wir hier das bein ginger snaps 2 unleashed und hier die rückseite hier dann auch noch mal mit der inhaltsangabe und einigen bildern zum film credits und technischen daten und dieses teil ist auch limitiert auf 250 stück ich habe die nummer 52 und dann würde ich sagen schauen wir uns das gute stück jetzt auch mal von innen an und ja hier springt uns natürlich gleich die blu-ray ins auge auch ein sehr sehr schönes artwork wie man natürlich sehen kann dieses gezeichnete cover was natürlich auch das cover von dem cover 10 motiven ist die ich vorhin schon eingeblendet habe und ja hier halt auch mit einem innen druck aber ja halt in so einer comic variante sage ich jetzt mal ja kann man machen ist in ordnung aber ich hätte mir jetzt ein anderes motiv gewünscht so zum booklet ja hier springt uns natürlich auch ein schönes blutiges bild gleich ins auge auch wieder sehr sehr gut text und wie man sieht halt wirklich viel text und leider wir wenig bildmaterial was ich halt sehr sehr schade finde aber vom booklet anteil her vom lesen her also wie gesagt von den von den informationen die man hier bekommt sehr sehr empfehlenswert und dann ist immer hier durch dann haben wir hier die dvd genau das gleiche artwork genau von dem gleichen cover media book selbst und halt auch hier mit einem innen druck halt auch in so einer comic variante so sieht das zusammenhängend aus ja ist jetzt nichts spektakuläres muss ich ehrlich sagen wie gesagt in druck hätte ich mir einen anderen gewünscht aber so im groben und ganzen ist das media book definitiv auch vertretbar man also ich kann jetzt hier schon ein bisschen was bemängeln wie sagt halt das booklet wir halt beim ersten teil genauso schon aber von den informationen her ist es richtig genial und dann kommen wir jetzt zum dritten teil auch in der cover a variante muss ich ehrlich sagen hat mir auch mehr zugesagt als die cover b variante und dann kommen wir zum bein den NSM records logo schriftzug ja das media book ist die media books sind eher matt gehalten dann hier auch noch die inhaltsangabe zu der ich auch schon ein bisschen was gesagt habe ich will natürlich nicht so krass spoilern credits technischen daten und dieses teil ist auch limitiert auf 250 stück ich habe die nummer 38 und dann gucken wir uns das gute stück jetzt auch mal von innen an und hier auch das cover motiv von cover c auf der disk was ich sehr sehr schön finde auch mit einem innen druck ja die innen drucke also die wirken jetzt nicht so sonderlich scharf also sind auch ein bisschen unscharf wie ich finde aber es ist noch vertretbar definitiv man kann sich es auf jeden fall angucken so und dann kommen wir hier zum booklet wie gesagt der dritte teil das prequel zu den anderen zwei teilen auch wieder sehr sehr viel text muss ich muss ehrlich sagen also man braucht auf jeden fall auch ein bisschen zeit um das booklet durchzulesen aber es lohnt sich auf jeden fall halt leider hier genauso wie in den anderen zwei media books auch wenig bildmaterial hier ein zusammenhängendes bild was aber leider auch ein bisschen unscharf ist und auch jetzt hier mit der farbe hier richtig stechend rot hätte man auch besser lösen können dann haben wir die dvd ja und halt mit einem innendruck was auch ein zusammenhängendes bild dann wieder ergibt ja wie gesagt zu den zu der booklet gestaltung hätte nsm records viel mehr rausholen können definitiv bin ich etwas enttäuscht aber naja gut so und dann gehen es noch mal ganz kurz zurück zum hauptschirm ja das waren die media books von ginger snaps und ich hoffe ich konnte vielleicht den einen oder anderen halt für diese media books eventuell vielleicht doch noch begeistern wenn ihr daran kommen sollte das ist schwierig muss ich ehrlich sagen wie gesagt booklet gestaltung finde ich eher ein bisschen mager aber so ansonsten von den filmen mehr und auch von dir von den inhaltlichen her was die booklets auch zu bieten haben ist es auf jeden fall sehr sehr schön kann ich auf jeden fall empfehlen wenn ihr an die media books noch ankommen sollte und zu einem guten kurs dann kann ich auf jeden fall eine kauf empfehlung aussprechen aber ich habe selber jetzt auch schon mal reingeguckt es ist schwierig definitiv ich habe selber schon mal reingeguckt weil es halt manche wirklich wieder so dermaßen übertreiben mit diesen preisen also das ist einfach nur absolut utopisch das ist wahnsinn wer bezahlt das wie gesagt so filme finde ich auf jeden fall sehr sehr gut es nimmt halt leider ein bisschen ab aber also jetzt ist auch der erste teil finde ich wirklich sehr sehr gut sehr empfehlenswert zweite teil ist für mich ein bisschen schwächer der dritte teil auch aber ansonsten ein komplett gutes gesamtpaket finde ich sehr sehr gut macht auf jeden fall spaß und wie gesagt halt mal werwölfe wo halt nicht nicht männer die hauptrollen sind sondern halt frauen finde ich auf jeden fall sehr sehr gut hat mir sehr gut gefallen auch von der geschichte her von der story her und man muss auch dazu sagen man ist hier nicht nur auf dieses cgi eingegangen nein man hat die werwölfe spricht die frauen so geschminkt wie gesagt man hat auf cgi in den filmen so gut es gehen verzichtet man hat dann eher die normalen effekte von früher halt so genommen was mir persönlich natürlich sehr sehr gut gefallen hat kann ich es nur empfehlen definitiv die filme machen spaß sind unterhaltungswürdig auch einige gutes kiss szenen sind mit dabei aber wie gesagt kill ist nicht das einzigste es muss auch noch eine vernünftige handlung da sein ist auf jeden fall da macht spaß so ich hoffe euch hat dieses video gefallen schreibt mir einfach mal in die kommentare wie euch das video gefällt wie ihr die media books findet und auch allgemein die filme und ja dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video hier auf meinem kanal wieder könnt gerne auch ein abo da lassen aber es kosten nichts würde ich mich sehr darüber freuen und bleibt auf jeden fall alle gesund bis dahin auf wiedersehen macht's gut